Das könnte eventuell böse ausgehen. Haben wir denn hier irgendwas zu lesen? Äh und ja sonst ich glaube du ja komm mit du stellst dich am besten mal hier hin bewaffnet bist du ja genug. Jetzt ziehen wir mal ein paar Hebel und schmarrt den drehen. Ah ich verstehe Ah, ähm Aha Hier ist ihm nochmal Gut, hier öffnet sich dann doch kein Nichts, äh, kein weiterer Raum Das war jetzt Geheimraum, hätte ich jetzt eigentlich gedacht, aber na gut Und hier haben wir, äh, Schmieder Die nehmen wir mal mit Wieder, oh Das hat jetzt so quasi wehgetan, aber wir gehen zuerst in die da hinten, um den Tasch eines Sackers zu sein Mist Aber wir haben ja über 100 Stück Da macht das nix aus Und Hey, 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 hey Nicht mit mir Ich bin dir, wie ihr wünscht, Tane Wobei, komm Und hier seh ich doch schon wieder was Na komm Voll auslösen Hm, nicht ganz getroffen Dann vielleicht so 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 Hm Dafür, dass ich hier hätte sterben können Naja, war es eigentlich schlecht Aber na gut Aber na gut Wir werden weitergehen So Schleich doch mit mir ein bisschen rum So leuchtet ihr mir den Weg Die Linerabkreuz Äh, Abzweigung Ich glaube, wir gehen erstmal geradeaus weiter So Malo Wer bist denn du? Wer bist denn du? Oh, der Ja, der Geist, der ist stark Wollen wir doch mal Eisstarre Und Wir werden Ach Überhaupt Unser erster Geist Aha Kein Zehnstein ist groß genug Ach, jetzt verarschst du mich Aber Ich hab doch Ich muss doch hier irgendwie Ich hab doch hier einen großen Seelenstein Was willst du denn noch von mir? Magiker? Äh, Magiker? Ist das jetzt des Phantoms? Und hier Ist das ein Tagebuch? Ja, ja Nimm einfach mal mit Wir werden es einfach erleben Ist vor einem Moment mal auch mit Komm Und Mist Nichts davon bringt uns was ein Oh, ein Archimite Ähm, nein Später Ach, er hat nur die Geisterform angenommen So was also hier Schlimm, schlimm Dann scheint es also gar keine wirklichen Geister zu sein Dann haben wir wieder eine Pfeile Und ich hätte eigentlich gedacht, ich könnte das hier knacken, aber na gut Antike Flammenwerfer Antike Flammenwerfer Ein großer Raum Ach, wie Oje, oje, oje Jetzt sehe ich schon, das ist wieder so eine Versiegelung Und ja Wolf Freude Hm Es fehlt eine Kralle Wir wissen aber, wo wir einen herbekommen Ach, so Mist Soll ich sie stehlen Ich meine, also Ich werde hier erstmal alles looten Und dann werden wir weit ziehen Also bis gleich So, da bin ich wieder Hat noch ein paar Sachen geholt Und ich habe mir auch das Tagebuch mal durchgeholt Und ja, der Kerl war wirklich ein Mensch Der hat sich einfach Einen drang genommen Um als Geist zu wirken Um die ganzen Leute hier Ein bisschen Kürre zu machen Bis zum Beispiel See you Nein, eigentlich Wilhelm Und man braucht wirklich eine Drachenklaue Die wir natürlich dann In Ja, bei dem einen Händler besorgen müssen Mir fällt jetzt gerade nicht mehr ein wo Aber wir werden sie auf jeden Fall noch besorgen Und ich habe eine Quest noch angenommen Von einem Bettler Der vermisst anscheinend seine Frau Oder seine Schwester Ich weiß nicht genau Der hat so, ja Komisches Sprachverhältnis Wollt ihr da noch sehen Und er hat gemeint Sollen ihn hier mal nach dem Verbleib Diese Frau fragen An eurer Stelle würde ich mich vom Hügelgrab Im Osten der Stadt fernhalten Da spukt es Äh, nicht mehr Ähm, was Ah, hier Was ist das für eine Geschichte mit Narvi Der ist harmlos Er befindet sich in diesem Zustand Seit seine Schwester Raida Vor über einem Jahr verschwunden ist Er lebt zurückgezogen Im verfallenen Bauernhof seiner Familie Auf der anderen Flussseite Und ihr habt gesagt, dass sie zurückkommt? Das habe ich nur gesagt Damit der Arme sich besser fühlt Ich bin mir ziemlich sicher Dass sie tot ist Raida hat immer Zutaten gesammelt Auf der kleinen Flussinsel östlich von hier Eines Tages Ist sie dann einfach verschwunden Ich habe nach ihr gesucht Aber sie ist nie wieder aufgetaucht Oha Findet ihre Überreste Ja, kurz, heißt ja schon, dass sie tot ist Ähm, habt ihr an sich noch Arbeit? Hier Seht euch das an Ein paar Männer des Jarl sind vorbeigekommen Und haben diesen Beutelbrief zurückgelassen Bitte was? Kopfgästen zugefügt Und Banditenanführer töten Ich habe dort den Eingang zu so einer Höhle gesehen Die Leute nennen sie Giamonds Halle Keine Ahnung wieso Ihr solltet besser einen Bogen darum machen Raida hat sie kein Glück gebracht Hm, der Name sagt mir irgendwie was Okay, danke für die Infos Wir werden weiterziehen Was bist du eigentlich? Ihr seht nicht wie ein Hüger aus Warum sucht ihr jeden Satz? Uns wäre auch gelacht Ach genau, ich habe jetzt noch mehr Plunder als sonst was Ach egal Wir gehen jetzt auf diese kleine Insel North East, East Osten Okay Das sehen wir schon Da wird ein weiteres Graber angezeigt Denn hier, wenn ihr es oben auf den Radar schaut Diese komische Dreizack So wie ein Wie eine Skyrim-Version als USB-Symbol ist Und hier hinten genau das gleiche Ich hatte eh eigentlich vor, da hinten ein zu gehen Also von dem her Trifte sie hier perfekt Hier ist es nicht Oh Hm, ihr entschuldigt Da habe ich Erz entdeckt Und ihr wisst ja, wenn ich Erz entdecke, muss ich es abbauen Ich hoffe, meine Kumpanen kommt hier auch rüber Denn die Laufkai ist doch ab und dann Ah doch Hier Oh Seit wann hat sie das Zwergenschwert genommen Hm Merkwürdig aber okay Wir haben hier Und ganz wichtig Nur eine Wurzel Denn eventuell können wir sie nochmal brauchen Ganz vorsichtig Verdammt Das war ich jetzt eigentlich nicht Ich wollte zwar schon ein Seelenfall machen Genau so geht das Kleine Seelen für Kleine Seelensteine Denn die brauche ich zum Verzaubern Und Wie ihr nicht sehen könnt Oh So Super leid Perfekt Ich bin noch erwischt Denn ich baue Seelensteine für Verzauberungen Und Ich habe auch schon Verzauberungen ausgeführt Und hier ein bisschen offscreen Und zwar habe ich meine Handschuhe Die hier seht verzaubert Damit ich etwas mehr Magikab bekomme Beziehungsweise habe Und oh Katz Eisenherz Na doch damit kann man auch was anfangen Auch wenn die Schmiedekunst mir in dem Sinne so gut wie nichts bringt Wobei Ich habe ja auch Die Handschuhe sind ja Leichte Rüstung Die man aber aus Metall fertigt Und ich habe auch schon gesehen Ich glaube so viel kann ich schon spoilern Das im Talentebaum Gibt es noch eine Fähigkeit Können wir auch noch Glasrüstungen machen Und an sich auch noch diese Deetra Rüstungen Aber Deetra wird wahrscheinlich schwere Rüstung sein Da muss ich mich mal erkundigen Aber eine Glasrüstung Kennt ihr wahrscheinlich noch aus Oblivion Und ich weiß gar nicht Eventuell auch Mauerrund Die war Ah da haben wir uns entdeckt Die war immer so leicht grünlich So Und nun rein in die Halle Wir werden gesehen Aha So eine Ratten Oh War auch schon eine Sag mal Habe ich dir jetzt wirklich einfach nicht so gesehen Das ist ja Ich glaube ich muss mich dafür schämen Hier ist es runter Das ist regulärer Weg Das ist ein verdammt tiefes Nein Bist du wahnsinnig Warum willst du mich da reinschubsen Hey komm Ich hab dich geheilt Ich hab dich immer gut behandelt Warum willst du mich töten Oh Ein tode Bandit Das verheißt nichts Gutes Und ein totes Ende auf diese Seite Dann gehen wir doch mal zu den Banditen hin Äh 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 Bin ich jetzt blind Ich kann jetzt zeig doch an Dass hier ein riesiges Gewölbe ist Moment Hallo Für andere Lequenten Einmal kurz anschauen Ja Ja Egal Bin ich aber so ein bisschen Das kann gar nicht sein Das muss die Leiche des Abenteures Nicht der der Schwester Mal durchschauen Geht's doch jetzt nicht wirklich runter Ich mein Ich kann da nicht runter Oh 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 Nein 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 Hallo Ja Gehst du noch Oh Gott Ähm Hier geht's ja raus Okay Ich glaube wir müssen wirklich darunter Ich komme Ja ich komme Äh Blub 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 Ja du hattest wie immer den richtigen Riecher Gibt es nicht hier noch etwas Ja hier gibt Nicht nur das sondern auch Achso ähm Moment Nein Ja komm mit Du bleibst schön hier oben stehen Hast du Hast du Ja Hast du soeben alleine Diese beiden Spins getötet Ich bin stolz auf dich Es hat nicht viel geschafft Oh ich bin überladen Das finde ich gut Bin immer noch da Ich habe geschworen eure Ihr geht vor Ich habe geschworen Oh das ist wieder nichts genommen Ähm ja aber zuvor Wartest du einmal hier Und ich finde eine Magie an Und zwar Hm Was denn Man Eigentlich noch Vision So Wiederherstellung Ähm Ich habe doch unter Wasser atmen He 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 Habe ich nicht Moment warum habe ich das nicht Ich bin mir das sicher Ich habe ein Buch darüber gelesen Dann bitte ich mach Ah Aber irgendwie Ach Menno Na gut da muss ich das so schaffen Jetzt hier weiter schwimmen Komme ich hier hinten raus Es wird schon Das wird schon Ah Komm Das kann ich noch nehmen Das liegt hier aber nichts mehr rum Gut dann warst du schon So Hier liegt auch nichts mehr rum Na gut dann Komm mal auf Wir brechen das Abenteuer Kann weitergehen Ich werde euch mit Ja ja du wirst uns beschützen Kennen wir schon Finde ich super Und no no Nein Ruhe Ja wo Ach ist das nicht schön Lagefeuer Sollen wir nicht hier drauf treten Das wäre nämlich böse Weißt du was Und sich habe ich eigentlich eine Idee Ach ne Ne Wir kommen hier eh nicht mehr raus Deswegen Nehmen wir einfach mal alles mit Ich bin mir sicher Auf der anderen Seite würde es einen Ausgang geben Ich habe hier Nein oder Doch wir haben wir wieder ein Rätsel Ja ich kriege einfach mal drei Stachen hier in den Boden rein Seh die gefangen Super Okay nicht wie eine Magiker Aber wir haben doch hier irgendwo noch ein paar Tränke gekauft Okay nicht wie ein Rätsel Aber wir haben ja auch noch ein Rätsel Ja ich habe ja auch noch ein Rätsel Ich habe ja auch noch ein Rätsel